Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort der Begegnung der Lebenden mit Erinnerungen sein. Der Ruheforst Schloss Hünnefeld-Bad Essen ist ein besonderer Friedhof. Ein Ruheforst vermittelt den Menschen das gute Gefühl, in die Natur aufgenommen zu werden. Am Fuße altehrwürdiger Roteichen und Buchen, deren Blätter wohltuendes Licht und Schatten spenden, findet ein geliebter Mensch im Ruheforst Schloss Hünnefeld-Bad Essen seinen letzten Platz. Gelegen im Landkreis Osnabrück, nahe der Gemeinde Bad Essen an der Deutschen Fachwerkstraße im Naturpark Terra Vita. Ein Ort der Ruhe und Harmonie. Für die Hinterbliebenen und ihre Gedanken bietet dieser Ruheforst Raum und Zeit. Der Ruheforst Schloss Hünnefeld-Bad Essen. Ruhe finden. Der Ruheforst Schloss Hünnefeld-Bad Essen ist ein besonderer Friedhof.